Ich bin doch nur Gast Klar, komm Pachi Willkommen Freunde, soll ich sofort so anfangen? Ja, mach Du bist schon lange auf Sendung Lass das eh alles durchlaufen Ja, ich hab ja keine Ahnung von diesem ganzen Let's, wie nennt ihr das? Let's, let's plays? Oder so, ne? Let's mach Unfug Also ich kann auch gerne nochmal ne Anmoderation machen, aber Bei uns ist es halt, let's mach Chaos Ich glaub, jetzt ist es auch egal Achso Das ist normal, so ne Anmoderation so zu machen Keine Sorgen Also Patti, komm schnell ab Geht's nach Hause Hier sind überall Zombies Also nicht in hier zu Im Haus, wer der ist Mach die Tür auf, wenn du reinkommst, ne? Okay Ich bin grad verwirrt, ich bin grad ins falsche Haus reingerannt Ich wunderte mich, warum da alles zugebaut ist Jenny, ich habe ganz viele Flowers mitgebracht Hier kannst du haben, bitteschön Funktioniert der Fernseher hier unten? Bitteschön, Sand? Jetzt nicht mehr, ich hab grad drüber drauf geschossen Sand brauchen wir drüben Ist egal, ich hab's jetzt in die Hand gedrückt Was brauchst du denn noch? Äh Kann ich noch ein bisschen Das da rein? Wenn Nacht ist, kann ich ja in Ruhe weiter mein Projekt Projekt X In die Hand nehmen Also wenn du möchtest, kannst du jetzt erstmal alles in die Kisten oder so einsortieren Wie du halt lustig bist jetzt, Patti Ich geh mal kurz nach drüben Hab doch nichts System gibt's hier nicht Ich hab's, ich probier's seit Jahren Hm, definiere mir das Wort einsortieren Ja Eben Aber was ich uns allen machen kann, ist, äh, schön lecker, ähm, Armbrust Also Bolzen Armbrust? Bolzen täte ich nehmen Bolzen täte ich so nehmen So, hier kommen die Pflanzen hin Willst du Federn haben? Ähm, ich hab müssen noch Hier, pass auf, da hast du Federn und da hast du Steine Nimm mal einfach auf hier Na gut Federn, Steine Ja Hast du? Jo Warte, jetzt nicht wirklich viele Steine, aber gut Ich baue jetzt erstmal hier mein Ach ja, und Jenny, ähm, einen Hasen kann ich dir auch noch reinpacken hier Ja, kannst du drüben hinlegen Und Eier hab ich auch, bitteschön Eier, 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 ich komm wieder rüber Komm, da Florian Eier, 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 Eier Voller, voller, ich mein, man, 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 ich mein, man steckt ja zurück in seinen Anspruch Manche freuen sich schon über Eier Ja Ey, weißt du, wir haben so viel Fleisch, ne? So viel Nein, kein, kein, und mit Eiern gibt's nicht einfach Yes, er hat's geschafft, Jenny, Jenny Gebrochen Dieser Schrei Ne, das ist kein Waffe, sonst kann ich doch noch rennen, guck da mal, rennen, 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 das kann man doch nicht, wenn man gebraune ist, Beine halt Patti, magst du mal Flaggy vom Turm schubsen oder so? Immer. Ich bin auch gar nicht... Also, nur mal zur Veranschaulichung, Patti, ne? In der Turmspring-Folge, was eigentlich unser Staffelfinale sein wollte, hat es Flaggy geschafft, sich neunmal das verdammte Bein zu brechen. Oh, kein EIN! Neunmal! Ihr habt da mitgezählt, das ist eine Frechheit. Ja, natürlich. Nicht mich da runterschubsen, ich will hier nicht runter. Jolle hat das gesagt. Jolle, kannst du mal sagen, er soll vom Dach springen? Ne, Magepatti. Ich mag meinen Patti. Wiese? Den hab ich Steve gewonnen, über die Jahre hinweg. Ich komm hier nicht runter. Bring doch selber! Ich bin kurz davor, weil der Weg ist soweit. Wie bist denn du so schnell hier runtergekommen? Gesprungen! 31... Da können wir halt die schon mal da wieder hinpacken. Oh, schönes Bild! So, jetzt geht's um... Lake House! Wer leuchtet denn hier? Ja, ich häng immer Bilder gerne auf, aber Flaggy macht hier mal kapatt. Ich würd grad sagen, die leben nicht lange in unserem Haushalt. Ne. Euer Haushalt. Household. So. Jetzt geht es los mit ganz großen Schritten. So, also, ich sage so 3 Stunden und 15 Minuten, dann kommt die Fahrenheit-Hot. Ach du Scheiße, jetzt echt oder was? Also, es ist Day 7, 20.56 Uhr. Oh, wunderschön ein Heute. Also, ähm, es gibt seit geraumer Zeit ein Problemchen hier in Seven Days. Bombies. Bombies, ja. Die Fahrenheit-Hot. Nee, die kommt zu bestimmten Tagen, aber momentan haben wir das Gefühl, sie ist eher unterschiedlich. Naja, was soll's. Das ist die wilde Jagd. Ja, nach uns, ja. Oder auf uns, besser gesagt. Nicht mehr so schick. Warum ist so dunkel? Es ist Nacht. Gewöhnlich dran. Aber ich muss hier meine Haube, ich muss mein Dings bauen hier. Es kann jetzt nicht Nacht sein. Ich kann das mal hier ausmachen. Es wird gleich wieder hell, wenn der Mond aufgeht Flaggy. Denk dran, hatten wir beim Turmspringen auch oder beim Turmbau. Zu Babel. Ach, zu Babel? Habt ihr dann auch in verschiedenen Sprachen gesprochen und so? Ja. Wir brauchen jetzt Bolzen. Ich tät welchen nehmen. Okay. Wie viele hast du denn? Naja, ich könnte jetzt nochmal, wenn ihr alle wo haben wollt, jeder noch so 20, 30. Mal gucken, was durchläuft jetzt hier noch. Siehst du wohl. Also ich hab 43. Das ist wunderschön geworden. Was ist das? Das ist eine Spitze. Moment. Achso, natürlich. Klar, was sonst? Sie stützt die Brücke. Ah. Okay, na dann kommt mal her. Jetzt ist wieder hell gewonnen. Äh, Jenny? Boah, wir machen das so. Ich merke, Flaggy hat auf jeden Fall in den letzten 300 Folgen dazugelernt. Ja, liegt er auf jeden Fall auf Boden. Ich kann eine Brücke bauen, ja. Nein! Jetzt hat er sich... Hast du dich gerade hinabgestürzt? Ja, er hat sich aber nicht das Bein gebrochen. Ich bin auf dem Heul gelandet. Oh, eine Stütze. Was macht die denn hier mitten auf der Straße? Die mach ich mal weg. Nein! Oh ja, mach sie weg! Nein! Dann endet das so wie beim letzten Mal. Oh, Lied. Oh, 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 Tommys! Oh, ich komm wieder rein, Leute. So mal Jenny, wollen wir nicht vielleicht doch noch hier in den Ofen hinstellen? Ja, ich glaub wir kriegen Besuch. Also es klingt so. Ja, ja. Oh, Scheiße! Kapiza! Wo ist der Spider? Hier, direkt vorm Fenster. Ich war gerade im Inventar! Und dann kannst du dir... Dein Rucksack schwebt hier. Was machst du da, Patrick? Pfff! Warum ist die Tür eigentlich so... Oh, oh, oh! Scheiße, der nächste kommt schon hoch! Draußen vor der Tür stehen Zombies. Aua! Was? 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 Du kannst hier von mir ein paar haben. Hier. Was? Das ist so natter! Wie, was hast denn du? Ich hab 30 und 15 da hinten gewinnt! Du kannst ja mal still halten! Jetzt sag bitte, Jenny töte den mal! Ich bin gleich tot! Patti, weg! Leute! Die Tür! Oh Gott! Oh Scheiße! Die kommen durch die Tür. Ich fühl mich grad wie in Jurassic Park. Nehmt ihn! Alter, was macht ihr denn hier? Holy shit! Oh! Nein! Nein! Geh weg! Nein! Nicht! Nein! Ich wollte den Turm hochlaufen, dann bin ich runtergefallen hier. Scheiße! Schlafen die bestimmt in meinem Schlafsack. So, ich bin auf dem Turm. Mir kann nix passieren. Fuck it! Toll! Nein! Nein! Oh Gott, das große Sterben da ist. Oh ne, oh nö, nicht schon wieder. Ich bin nicht. Kommt doch einfach auf den Turm. Das ist eine hervorragende Idee. Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Ich seh wie Fleck an mir vorbeifliegt. Wie geil ist das denn? Oh ne! Oh ne! Oh ne! Ich seh wie Fleck an mir vorbeifliegt. Nein! Oh ne! Verdammt! Was war das denn jetzt? Au! Ich bin jetzt in der Luft gestorben oder was? Nicht mich verkloppen! Nicht mich verkloppen! Nicht mich verkloppen! Wie ist das geil? Au 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 au! Liegt er sofort vor deinen Füßen! Scheibenkleister! Aua! Nein! Nicht! Nicht auf meinen kleinen Zeh! Also erst fliegt Fleck an mir vorbei in den Tod. Und dann seh ich wie Patty vor mir stirbt an der Leiter. Das... So! Fräulein jetzt geh bitte mal zur Seite! So! 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 Oh nein! Nicht dein Ernst! Doch die Plattform war kleiner als gedacht! Oh nein! Scheiße! Ich bin einfach drüber gelaufen! Ich bin mal oben auf dem Turm! Ja! Ähm! 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 Big problem! Ne! Ich hole das auch nicht auf dem Turm! Oh shit! Wer ist denn auf dem Turm? Ich... Ich bin gerade mit... Ich hab... Also Patty ist rüber gesegelt und da wollte ich nachschauen und dann bin ich gleich hinterher gesegelt! Und? Häh! Seien Leute, dass mich nur an meinen Rucksack ran, dann bin ich glücklich! Ach! Wo ist denn dein Rucksack? Vor der Haustür! Ich bin weg! Was ist denn da auf dem... Was ist denn da auf dem Dach los?! Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Oh scheiße, hier kommt was hoch. Ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Gehst du mal bitte einen Meter zur Seite? Sag mal, was ist denn das für ein Scheibenwohnen? Ich geh schon dabei jetzt an der Leiter hinein. Jetzt, okay, alles klar. Wieso treffe ich denn nicht? Alles klar, alles klar. Ich gehe jetzt wieder runter. Ich versuche mal, an meinen Rucksack zu kommen. Ich habe alle Rucksack, glaube ich, gesammelt. Also einen. Hast du den, der auf dem Heu lag unten? Nee, der da auf der Treppe war. Also auf der Leiter. Leute, ich hoffe nur, unsere Öfen stehen noch. Sag doch mal, hast du da irgendwo eine doppelte Armbrust bei dir? Doppelte? Ich habe eine normale, meine. Also noch eine, war in den Rucksacken eine? Ach so, meinst du das? Nee, ich habe nur eine, ich habe nur eine. Da hast du die spawnt, scheiße. Nein, ich bleib hier, ich komme wieder rauf. Achtung, ich komme. Na Gott, ein Zombie. Oh, shit. Oh, shit. Warte mal, ich habe was, damit du mich erkennst. Oh, shit. Also derjenige, der den Turm gebaut hat, der hatte eine tolle Idee damit. So. Fleck, fleck, weg, 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 weg. Was hast du denn? Rassieren wir vorbei, wie auf Droge. Machen wir jetzt ein Picknick hier, ein Mitternachtspicknick. Die Kerzen. Oh mein Gott. So, ich habe noch elf Bolzen. Ich habe noch, ich habe noch welche. Warum hast du wieder nichts an? Was? Weil die Horde meine Hose andert. Das große Problem ist, ich kann dir jetzt hier gerade keine Bolzen geben, weil die, die fallen immer hier runter von dir. Ja, ich habe ja noch elf. Das reicht. Ich habe, ich hätte ja noch... Oh, Mann. Oh, ist das tief. Oh, ist das tief. Und da unten ist Halligalli. Warte mal, ich gucke noch mal kurz. Jetzt stehen wir hier auf diesem Turm, ist ja unglaublich. Wir sollten hier noch einen Raum vielleicht hinbauen. Ich baue mir mal kurz eine Armbrust. Wie ist denn das mit Statik, Jolle? Statik ist hier hoch im Kurs. Armbrust ist wie nochmal die Bezeichnung? Crossbow. Crossbow. Hast du denn gar nichts in der Schule gelernt? Nein, nein. Ach, dafür brauche ich auch nicht. Alter, was habt ihr denn da für eine Party auf dem Dach? Ach, nee. Da sind halt Zombies. Komm. Guck mal, ich habe noch einen Heulball. Den habe ich aus Versehen. Ein Wittgenau. Hund. Hund. Maus. Auto. Katze. Was macht ihr denn da? Auch nichts. Dreh dich schon nicht um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Jolle, dann bauen wir mal bitte einen neuen Raum hier. Ich mache gerade mal eins weiter. Ich habe zwar... Was zum Teufel. Ich fand das super. Ich bin eben hier hoch und an der anderen Seite sofort wieder runtergefallen. Ja, das... Diese Abfolge war... Der Hammerfleck stürzt in den Tod. Ich nach oben. Du sprichst vor mir zusammen. Stirbst. Kommst wieder. segelst über das Geländer und ich denke mir die ganze Zeit so... What the fuck? Wir haben gar kein Geländer hier. Der Typ hätte das so nicht abgenommen. Ich gehe jetzt erst mal erschießen auf dem Dach. Ähm, Patty, jetzt ist vielleicht auch die Plattform groß genug. Ähm, hier. Drück mal E. Ja, ja. Ja, die zerlegen uns das Hinterteil des Hauses. Das ist unglaublich. Können wir mal hier runterspringen? Ich habe es schon gesehen, Jenny, du. Das ist ein ganz offener Bereich jetzt hinten. Hör auf, das ist unsere Leiter, du dummes Vieh. Geh weg da. Mach da mal dicht, ne? Ja. Nein. Und sonst noch? Erzähl mal, wie war denn so deine Woche? Ja, ich meine, wir haben Montag. Das muss ja jetzt keiner wissen. Ne, die Woche war super, ist total viel passiert. Ich weiß noch nicht, was... Macht euch das nervös, wenn ich erzähle, dass die unten die Basis vom Turm zerlegen? Ne, ach, gar nicht. Ach, Quatsch. Wir haben ein bisschen Jenga hier. Ich meine, die Karte muss jetzt noch bis Ende Februar durchhalten. Also, um es jetzt mal so zu sagen, der Turm steht noch auf einem Block. Was, echt jetzt? Ach ja. Ja, die haben nichts von rechts davon alles weggeholt. Echt jetzt? Sicherheit wird überbewertet. Oh Gott, was ist das denn hier? Die machen... Nein! Ich bin im Wasser gelandet. Oh, da ist ein Stück abgebrochen. Nein! Oh Gott! Hast du... Nein, nein, ich bin tot. Der eine Block ist auch... Warte mal, Moment. Ich schaff das. Was ist denn, dass wir es eingestürzt haben? Ich bin on a dead, halt. Ah, shit! Ah! Was ist jetzt passiert? Ich möchte hier hoch. Ich möchte hier hoch, verdammte Scheiße! Ich komme hier nicht rauf. Die Leiter ist kaputt. Also, es tut mir leid, ne? Dass sie jetzt alles hier kaputt machen, während ich dabei bin. Das hätten sie so oder so gemacht. Das ist diese Farinite-Tort, von der wir vorhin geredet haben. Ah, okay, dann ist er gut. Ja, stimmt! Äh, was sind... Aber meine Brücke steht noch. Das ist so scheiße. Wo ist das so scheiße? Guckt euch mal den Turm an. Der wird nicht mehr lange halten. Ja, der hat eben auch nicht mehr gehalten. Ach, da ist mein Rucksack. Der Turm ist kaputt. Mir ist eben ein Stück abgebrochen, deswegen bin ich ja runtergefallen. Was ist hier abgebrochen? Ja, vom Turm. Oh Mann. Geh mal hier rauf. Ich glaube, hier bin ich in Sicherheit. Ach, guck mal, das Geländer ist auch weg. Das ist ja super. Ah, ich bin in Sicherheit. Aber ihr habt ein schönes Haus. So, ich... Ich mache jetzt zu hier. So. Wo sind meine... Ich habe keine Armbrust mehr. So. Kommt hier kein Zombie rauf. Öl. Oh ja. Allerdings noch keiner von euch. Die sind uns ins Haus reingerannt. Aber mit dem wollte sie nicht töten. Hey, wir haben keine Treppe mehr. Ach, das bist du. Also, irgendwer versucht auf unsere Plattform hochzukommen an Zombies. Ja, bei Flags sind da so ein paar. Kannst du mal aufmachen? Ich kippe dich auf. Lass mich da durch. Jetzt halt doch mal still, du dumme Kuh. Kannst du wieder zumachen. Hallo, ich bin hier drüben. Hi, na du. Zack, zack. Guck mal, über dir sind drei Zombies. Ja, macht mir ja nix. Die gucken da aus dem Fenster. Warte mal, ich schieße die Tore. Oh, ich habe gerade... Antibiotika gefunden. Das... Oh, scheiße. Ich brauche es mir jetzt mal rein. Ich bin so durch. Ich bin durch heute. Wer haut denn hier? Oh, das war ich aus Versehen. Die ganze Bude ist am Arsch. Wir haben alles kaputt gemacht. Also, tu uns, wir haben eine Couch hier. Alles kaputt. Weißt du, was noch steht? Meine Brücke. Das ist doch keine Brücke. Aber was ist denn das da auf dem Dach? Sag mal. Piu. Das sah nicht schlecht aus. Piu. Ja, Zombies im Wasser. Steht die bei dir auch auf halber Höhe? Ja, 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 ja. Über dem Mais. Ja. Nein! Ja, ja, ja. Geh weg! Nein! Oh mein Gott! Au! Oh, du bist sick! Ich habe leider keinen... Sehen wir da irgendwo noch ein Zungen? Ich hätte noch einen Bolzen für dich. Guck mal hier. Da unten? Ach, nee, das ist... Das ist Jenny. Hast du noch Bolzen? Das ist mein Netz da. Alter, wie sieht denn das hier aus? Nimm mal, dann hast du auch noch welche. Das sind die... Nee, ich habe keinen Armbrust. Witzlos. Ich habe die verloren bei meinem Sturz. Äh... Ladder. Nein! Dicker, geh weg! Wo denn? Ah, da! Guck mal. Also früher hatten wir auch mal eine Panzerfaust. Ja. Ja, die gibt es aber noch, aber sehr selten. Die haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gefunden. Oh! Ich wusste es, dass du das machst. Es war klar einfach nur. If I had a hammer... Dun-dun-dun-dun... A hammer in the morning. So, ich glaube, die Sonne geht wieder auf. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. Wo ist jetzt der Köter? Ach, der ist es. Warte, 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 war ja wieder... Das war eine Nacht. Ich habe einen Hangover. Sag mal, wie repariere ich denn diese Spike-Club? Die ist so gut, die will ich gar nicht repariert haben. Ach, Mann. Mit Iron. Mit Iron, ja. Scheiße. Hast du das Bein gebrochen? Mit Katze? Warum breche ich mir eigentlich immer nur die Beine, wenn ich irgendwie... Du musst richtig fallen lernen. Wie beim Judo. Lerne richtig fallen. Genau. Oder als Katze. Los, spring. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch schon einen Keller. Ich mache einen Salto. Das ist super. Komm, ich fange dich. Moment, ich fange dich. Ich mache halt einen Salto. Nein! Das sah aber knapp daneben aus. Ich glaube, wir haben auch bald einen See hier. Irgendwo ist hier ein Hund. Kann sein, dass der Keller gar kein Keller ist, sondern ein See? Der Keller ist kein Keller. Komm mal, den Blick. Ey, wir haben wirklich... Wo ist dieser scheiß Köter? Der ist unter mir. Der ist im Wasser. Der ist im Wasser. Sag mal, gute Arbeit geleistet. Der schwimmt hier im Wasser rum. Müssen Architekten bei gewesen sein, bei den Zombies hier. Alles kaputt gemacht. Wo ist denn der hin? Irgendwo hier unten. So, Leute, das war die Feral Night Hort. Das war sie doch gar nicht, oder? War sie das? Ne, jetzt fällt der Turm noch um. Wo? Und bildet eine Brücke. Sieht nicht so gut aus, nee. Wo ist denn dieses komische Vieh? Wollt jetzt keine Leiter? Was macht denn der Hund hier? Sag mal, das ist kein Hund, das ist ein Maulwurf. Ein Maulwurfhund. Guck mal, was der da macht, dieser komische Vieh. Kann man eigentlich die Fackeln wieder anmachen? Das ist voll der Maulwurfhund. Der buddelt sich da unten rein. Welche Fackeln willst du wieder anmachen? Ich hab ne Fackel in der Hand, aber die ist aus. Ich hab nada, nothing, ne? Ne, ich glaube, das sieht nur so aus, als dass die aus ist. Wo ist denn der Hund? Was ist denn das hier für ein Scheiß eigentlich? Darf ich das mal so einen wegnehmen? Was denn? Frame. Ja, mach ruhig, das steht da total unnütz rum. Du hast auch keine Fackel in der Hand, Patty. Ne, ich hab's auch gemerkt. Das ist mein Knüppel. Nein! Au! Geh weg, du bist ein böses Tier. Ja, klar. Was ist da denn jetzt, dich? Ich wollte dich retten. Was zur Hölle? Sag daran, dass ich keine Hose anhatte. Bestimmt, ja. Also da liegt noch ein Sack. Ja, der Sack. Ja, vorhin kann ich sagen, dann liegt er auch noch im Sack. Also hier ist ein Backpack mit, äh, Krassbau. Ja, ja, wo denn? Ich hab's gerade mal rausgeholt, wo bist du denn? Hier, hier, hier. Da. Ist aber schon, wie ihr seht ja, der Turm hält noch an einem Block da. Ja, ich werd gleich mal gucken, dass ich das denn repariert bekomme. Komm schon, leg ihn ab, sag jetzt. Ah, das war doch wichtig für den Leidrot, oder? Doch. Klar, Flaggy. Das war die erste von uns hier gegen. Mach das jetzt wie ich holle? Ich stopf das Haus mit Sofas. Ja, tolles Haus. Ja. Wie nicht mehr so ganz, naja. Das ist nur der Vorfieh-Effekt. Sieht eigentlich schöner aus. Wie hat sie denn das gemacht? So. Haus mit Sofas gestoppt. Kann ich auch mit der Armbrust hier mitfällen? Nee, aber was ist mit der Axt? Ich hab's zu dir gemacht. Funktioniert nicht. Eigentlich hab ich repariert. Der Gedanke ist aber dabei, auf jeden Fall. Hier ist da auch noch eine Hose drin. Was wollt ihr denn? Hier sind sogar Handschuhe drin. Mit der hier kannst du, aber die ist nicht mehr allzu brillant. Keine Tür mehr. Mit der kann man das. Jetzt ehrlich, du hast einen Couch-Arm, hast du da reingepackt? Ja, das war ich. Dann are crazy. Das ist ein besonderer Couch-Arm. Ich flick mal den, warte mal, ich brauch mal, ich hab ja gar keine, verdammt. Oh, ne Axt. Ne Stone-Axt. Also, das Ding wird nicht mehr halten bis Ende Februar hier, diese Karte. Ja, mit unserer intensive Zeit haben wir darauf verwendet, eben einen blöden Turm zu bauen, aber was soll's. Naja, Februar ist ja auch Karneval und so. Was erklärt das? Oh, super, danke dir. Glaub einfach mal, wie lange es hier so hält. So, ähm, Cross. Gern einen Cross und Crossbow. Danke. Oh! Ich hab, ich brauch mal Steine. Ich hab auch überhaupt, ich hab auch keine Dings-Axt mehr hier, wie heißt das? Könnte eine verkaufen. Eine Axt. Nö, nicht schon wieder ein Spider, wo ist dieses Mist-Viech? Spider-Schwein, Spider-Schwein. Ich möchte gern ein Spider-Schwein sein. Hä? Boah, ich bin gleich tot. Scheiße. Hol dir mal ein Medipack von oben. Eins müssen wir... Ah, nee, warte, ich hab noch eins. Komm her. Ah, warte, nee. Hier, nimm. Nimm das. Nimm das. Irgendwo grunzt hier auch wer rum. Ja, 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 das war ich. Ach, da oben, da grunzt es. Oh. Was war denn das gerade? Na ja, ich hab's ja nie defibrilliert. Ich hab den doch getroffen. Scheiß Spider, ey. Spider-Schwein. Nein, ich geh aus meinem Kupf raus. So. Ähm, ich werd mich dann hier aus dieser Staffel verabschieden. Mann, oh, das ist kaputt. Ja, die Rolle hat kein Bock mehr. Es war einfach... Ich hab... Ich musste hart mit mir kämpfen, diese Folge. Und die ist jetzt auch schon wieder vorbei, übrigens. Falls sich das... Wer fragt. Äh. Hätt ich... Du müsstest mal abmoderieren. Äh. Ja, wir sind auf jeden Fall hier beim Ende. Und, äh, ja, danke fürs Zuschauen. Und man sieht sich dann bestimmt irgendwann mal wieder. Voll trocken. Ich weiß ja noch nicht mal, wann die immer kommen. Alle zwei Tage, oder? Ja. Dann sieht man sich bestimmt in zwei Tagen um eine bestimmte Uhrzeit wieder. Denk ich mal. Oh, sweet. Einfach sweet. Sweet. Soll ich das jetzt mal mit, ähm, Emotionen machen? Vielleicht? Ja, mach's nochmal. With emotion. Ne, ja, hab heute keine. With emotion. Es ist Montag. Ne, ist ja kein Montag. Tschö. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Tschö.